Wenn wir den Ausdruck naturfärbige Edelsteine oder natürliche Edelsteine verwenden, meinen wir von der Natural Jam immer geschliffene Edelsteine. Warum ist das wichtig? Ich würde keinem Kunden empfehlen, dass er ungeschliffene, also rohe Edelsteine kauft. Das hat mehrere Gründe. Übrigens, wir tun es auch nicht. Wir kaufen auch geschliffene ein. Was sind jetzt die Gründe? Erstens einmal, ein Edelstein verliert vom ungeschliffenen Stein hin zum geschliffenen Stein 60 bis 80 Prozent seines Gewichtes. Nun, wenn ich jetzt rechne, ein Edelstein mit einem Wert von 10.000 Euro, der 60 oder 80 Prozent des Gewichts verliert, Sie bemerken, da gehen auf einmal 20 Prozent, sprich 2.000 Euro verloren und da ist Unsicherheit drinnen. Dieses Risiko soll der Kunde nicht tragen. Zweitens, der Edelstein wird heute vor dem Schleifen sehr stark untersucht. Trotz dieser Untersuchungen ist nicht auszuschließen, dass stärkere Einschlüsse vorhanden sind als vorher gedacht, dass Risse vorhanden sind, die in den Edelstein hineingehen und die dazu führen, dass das Endprodukt dann weitaus weniger wert ist, als man vorher gedacht hat. Drittens, Edelsteine werden beim Schleifen sehr heiß. Wird der Edelstein vom Schleifer abgekühlt, kann es dazu kommen, dass er zerspringt. Und das ist das dritte Risiko, das ich Ihnen nicht rate zu tragen. Sie merken es auch daran, dass auch wir nicht bereit sind, das Risiko zu übernehmen und wir auch die Edelsteine schon geschliffen einkaufen. Das heißt, meine Empfehlung an Sie ist, nur geschliffene Edelsteine, die zertifiziert sind, einzukaufen. Und das ist das dritte Risiko. Vielen Dank.